Guten Tag und Willkommen zu einer neuen Folge Minecraft. Wir waren zum Schluss hier in dem Dorf. Habt die Nacht überstanden? Habt ihr mal einen Weg bei denen gesetzt? Und ich weiß gar nicht, von woher wir kamen. Ja, sehr schön. Von wo kamen wir denn? Keine Ahnung. Wir gehen einfach mal hier lang. Ja, wir suchen immer noch nach einer Wüste. Ja, nach einer Wüste. Heute müsste Donnerstag sein, ja. Stimmt sogar. Obwohl ich Sonntag aufnehme. Ich will doch nur eine Wüste finden. Eine einzige nur. Dann mache ich ein paar Schaufeln Schrott. Und ich gehe doch dann auch wieder zurück. Och Mann. Was könnte man denn noch so erzählen? Berg hoch und berg runter. Nehmen wir alles mit. Den nicht. Hab ich keinen Bock drauf. Was müssen wir eigentlich für ein Pferd? Ein Pferd? Wir haben ja keine Sättel, 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 Sättel. Weiß? Uh. Waypoint. Neu und Förde. Ja. Gehen wir mal weiter. Können wir später irgendwann mal holen. Brauch ich nicht. Wieso mache ich denn das? Mein Feld zu Hause ist doch voll. Sprinten wir doch ein bisschen. Nein, ich hatte nicht mehr vorgenommen, nicht zu sprinten. Wölf. Wölf. Ich laufe schon ein bisschen zurück. Ist nicht gut. Hallo, Wölf. Nein, hat man das gehört? Hat man das gehört? Hoffentlich nicht. War mein Handy. Ich will doch nur eine Wüste finden. Toine Scheiße. Ist doch nicht zu viel verdammt, oder? Leck. Wir können natürlich auch... Nein, nehmen wir nicht mit. Wenn wir jetzt mehr Spitzhacken dabei gewesen hätten, ja. Dabei gehabt hätten... Hätte ich's gemacht. Scharfe braune Kackscharfe... Nur eine Wüste. Sonst spawnen nicht immer einer, oder so, oder so, ne? Und heute... Finde ich... ...keine. Was ist denn das Rote? Das ist ein Pilz. Ja. Ein Pilz-Bio. Und noch mehr Pferde. Und Esel. Maypoint. Pferde und Esel. Kann man die eigentlich auch reiten? Oh. Ponys. Nee. Ponys. Hier. Kleine Pferde. Und Dach. So ein... So ein Biom ist das. Was ist denn das für ein Holz? Schwarz Holz. Mit Timmermot ginge das jetzt einfach. Lass'n wir mal stehen. Ich will den Roten Pilz haben. Möchte. Tschuldigung. Baut man den echt wieder... Oder mit'n Schwert. Hm. Das ist random, ne? Ja, glaub' ich schon. Deshalb... Mach' ich das noch mit der Schaufe. Ich krieg' noch ein paar dabei. Da kann man sich schönes Essen von machen. Obwohl ich ein Wille habe. Gar keine Pilze esse. Nichts antworten. Ich... Soll aber glaub' ich gesund sein. Hier schon ist ne Hexe. Auf nachher da auch. So kleine Wüsten, ey. Ich will doch nur ne riesengroße... Nur ne einziger. Der Wald ist aber riech. So kleine Spiele... Ruhe in den schwarzen Wald hinein. Nehmei die Wüste da. Geile Wüste. Echt. Hallo? Der Part ist gleich vorbei, deshalb guckt mal in die Videobeschreibung. Da sind zwei Links, einmal Facebook und einmal Twitter. Dort könnt ihr mich ja liken und folgen. Ich werde jetzt hier ein bisschen offscreen glaube ich. Wir sehen uns dann gleich wieder. Lass eine Bewertung da und Kommentar, was ich als nächstes machen kann, muss, soll. Wir sehen uns im nächsten Part. Tschüss und auf Wiedersehen.